Wir sind zurück bei Tausred und Tausred möchte heute nicht nur einen neuen Feind holen, damit wir uns auch die neuen Rekruten leisten können, sondern Tausred möchte auch in den höfischen Ränkeschmieden, so ein bisschen vorankommen, um eventuell hier den Schatzmeister abzulösen. Ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingen wird. Bevor wir das machen, müssen wir Tausred höchstpersönlich natürlich noch ein bisschen upgraden und da haben wir sie bereits auf Stufe 5 gebracht, hier bei der Tapferkeit und wir brauchen natürlich später die Stufe 6 hier, um Paraden, Schwelge auch wirklich hinzubekommen. Allerdings bringt uns Stufe 6 jetzt keinen großen Vorteil mehr. Stufe 5 hat hier nochmal viel gebracht, denn von Stufe 4 auf Stufe 5 haben wir nicht nur 2% mehr Nachschub bekommen, sondern der gesamte Effekt rund um die Nahkampfabwehr ist erst bei Stufe 5 dazugekommen. Und wir erreichen natürlich die Stufe 5 Belohnung auch hier oben bei der Präsenz am schnellsten, weshalb ich sagen würde, gehen wir hier erstmal bei der Präsenz weiter, bis wir hier auf Stufe 5 sind, denn am Anfang geht es in Anführungsstrichen nur um Unterhalt. Unterhalt ist super wichtig, dass wir das runterbekommen, sondern dann geht es hier später nämlich auch noch darum, dass wir Einfluss dazu gewinnen, was super wichtig ist, wenn wir irgendwann fernab unserer Ländereien neue Gebiete besiedeln wollen, wo wir natürlich von Anfang an wenig Einfluss haben. Ihre Kompetenz hat sich gesteigert, dadurch wurden ihre Truppen auch günstiger. Das wird nicht reichen, um jetzt hier entsprechend nicht ins Minus zu kommen, denn wir rekrutieren hier zwei neue eingezogene Axtkämpfer, da werden wir gleich ins Nahrungsdefizit kommen. Ich würde am liebsten das Ganze aus unserem eigenen Ländereien speisen wollen, also aus Jebu. Und da haben wir natürlich schon ein paar Bauprojekte im Blick gehabt, wie beispielsweise könnte man hier zum Beispiel diese Getreidegruben bauen, die dann nämlich auch Nahrung in den anderen Regionen, in denen wir auch Nahrung herstellen, ein wenig verbessern können. Und wir können natürlich hier drüben auch nochmal das bewässerte Ackerland upgraden. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten. Aber es wird wahrscheinlich nicht komplett reichen. Das heißt, wir müssen uns neue Gebiete holen, die Nahrung bringen. Und wenn wir uns Abeju mal anschauen, ist eine Provinz mit drei Regionen und zwei davon bringen uns Nahrung. Das wäre nicht verkehrt. Und von dort aus könnten wir dann auch rüber zu Shagam. Das ist der Ort, den wir zuerst so ein bisschen im Blick hatten aufgrund der Haltung gegen uns. Die mögen uns nicht, Abeju mag uns sogar. Aber der Weg dorthin ist irgendwie blöd, weil wir hier super lange Wege haben. Hier müssten wir durch Abeju durch, was blöd wäre, weil denen das nicht gefallen würde. Und hier hätten wir eine riesige Verschleisstrecke, wo wir wirklich im Stellungsmodus durch müssen. Also im Lagermodus. Und das würde Ewigkeiten dauern, bis wir hier durchkommen. Deshalb ist mir das hier erstmal lieber. Und von hier kämen wir dann relativ schnell auf Wachat Resid. Also, wir haben schon einen Plan, wie wir das machen werden. Aber ich denke, wir werden in Bäder auch die ersten Handelsoptionen abschließen. Dann eventuell ein bisschen Stein oder Holz abgeben, um ein bisschen Nahrung zu bekommen. Und wenn wir hier drüben sogar noch eine weitere Steinquelle haben, dann würde sich das sogar doppelt lohnen und nutzen. Das können wir gerne machen. Wir haben noch eine offene Aktion. Und zwar, dass wir was bauen könnten. Das wollen wir erstmal nicht machen, denn wir haben Bauprojekte ja schon im Hinterkopf. Und dann beenden wir nochmal die Runde. Wir haben jetzt gleich eine 16er Armee mit Tausret. Auch das gefällt mir sehr gut. Mit einer 16er Armee kann man schon ein bisschen was machen. Interessant wäre gleich nochmal zu schauen, welchen Stärkrang denn Abeju hat und welchen Stärkrang wir haben. Dafür gehen wir auf Diplomatie rauf, gucken unseren Stärkrang an. 35 ist mittelmäßig, würde ich sagen. Und unsere Verlässlichkeit ist seriös. Das ist okay. Abeju ist Stärkrang 34. Also wir sind auf einer Augenhöhe tatsächlich. Und der Angreifer ist natürlich immer im Nachteil. Weil er sich beispielsweise auf die Garnisonen konzentrieren kann. Und hier sehen wir das auch. Er hat einfach eine 20er Armee in Abeju drin. Und Abeju selbst hat eine 12er Garnison. Das heißt, wir müssen ihn rauslocken, indem wir hier beispielsweise Sachen kaputt machen. Was hat er denn hier überhaupt an Gebäuden? Klar, den Beobachtungsposten müssen wir angreifen, damit die Durchhaltedauer der Belagerung nicht erhöht ist. Klar. Ja, und die Legitimation können wir ihm auch wegnehmen. Einfach, dass er ein bisschen Schaden erleidet. Und eventuell sogar rausgeht. Wir könnten auch sagen, komm, wenn du keine Lust hast zu kämpfen, dann gehen wir hier lang, gehen Richtung Tin und greifen erstmal Tin an, wenn er Abeju unbedingt verteidigen möchte. Also da haben wir viele Möglichkeiten. Ich glaube, unser Start sollte wirklich sein, hier den Beobachtungsposten anzugreifen. Was hat er denn hier drüben? Auch einen Beobachtungsposten. Die sollten wir zuerst wegreißen. Das Steingebiet ist gerade nicht ganz so interessant für mich. Wir sehen das ja hier oben auch. Die Nahrung ist das große Problem. Das liegt gerade auch daran, dass wir wahrscheinlich nicht mehr den Bonus haben von dem Handelsaußenposten. Wir sind gerade in Mees und da haben wir auch keinen. Äh, Nicken hat aber einen. Und zwar hier drüben. Ja, dann laufen wir erstmal dahin. Dann laufen wir erstmal zu dem Handelsposten hier drüben, damit wir den Unterhalt senken können. Oder haben wir hier unten einen schnelleren? Ja, hier würden wir schneller hinkommen. Okay. Das heißt, wir gehen einmal hier runter. Momentan haben wir auch noch keinen Feind, von daher können wir das alles ohne Probleme machen. Rekrutieren weiter. Und dann gehen wir auf den ägyptischen Handelsposten, um unsere Unterhaltskosten um 20% zu senken. Jedenfalls für vier Runden. Vier Runden kann uns schon mal ein bisschen helfen. Jetzt haben wir einige Gebäude gebaut und jetzt wird es auch wichtig, die richtigen Schritte zu gehen. Wir haben noch einen Sofortbau übrig, weil wir vor dem letzten Hostgleit das Kommando hier nicht eingesetzt haben. Wir könnten das tatsächlich nutzen, indem wir zum Beispiel dieses Ackerland hier auf die Stufe 3 bringen und den Sofortbau dafür nutzen. Sowas könnten wir machen. Ist jetzt nicht die große Hilfe, aber es ist eine kleine Hilfe. Und deswegen machen wir das. Wir sind bei minus 453 mit dem Sofortbau auf minus 365. Schon mal eine kleine Hilfe. Es ist schon mal ein Anfang. Jetzt haben wir keine Arbeiterschaft mehr, das heißt, wir können so oder so nichts mehr bauen. Aber das war wirklich nicht verkehrt. Das war wirklich nicht verkehrt. Wir haben tatsächlich noch einen Sofortbau übrig. Aber das bringt uns ja gerade eh noch nichts, von daher lassen wir das. Okay, wunderbar. Das bedeutet, Tausret, du gehst hier gleich hin und gehst mit den Unterhaltskosten runter, brauchst aber weitere Einheiten. Das ist das große Problem daran. Wir brauchen weitere Einheiten. Ich hätte so gerne Speerträger, und zwar diese hier mit Schäden, die einen hohen Nahkampfabwehrwert haben von 39. Aber wir können uns das nicht leisten, jetzt sowohl in der Nahrung als auch in der Bronze so in den Minusbereich reinzugehen. Wir können uns das einfach nicht leisten. Und außerdem sind sie mittelschwer. Ich finde es eigentlich gerade ganz cool, dass wir nur leichte Einheiten haben. Da können wir erstmal die Synergieeffekte gut mitnehmen. Was würde ich gerne noch mitnehmen? Ein paar Bogenschützen. Warum nicht? Die kosten auch nicht ganz so viel im Unterhalt. Da können wir gerne nochmal zwei mitnehmen. Dann sind wir auf 18. Ich will auf jeden Fall eine 20er mehr haben, wenn wir dann beim Feind sind. Und Bogenschützen brauchen wir ohne Ende. Wir können sogar bis 20 auffüllen mit Bogenschützen, meinetwegen. Dann können wir nochmal auf den Hof gehen. Denn wir wollen ja an den Platz des Schatzmeisters ran. Und um dahin zu kommen, werden wir den Vizekönig von Kusch mit reinziehen. Und wir könnten tatsächlich überlegen, ob wir mittlerweile auch den Pharao mit reinziehen. Denn wir haben jetzt nicht nur 1200 Gold auf der Runde Kante, sondern haben auch die Möglichkeit, mit der Goldmine Einnahmen zu generieren. Und zwar 81 jede Runde. Und dann tut es auch nicht mehr ganz so weh, wenn wir hier auf Tratschen gehen. Denn wenn wir ihn zur Konspiration bringen, was uns auch nochmal 50 Gold kostet, hat das deutlich mehr Einfluss als bei allen anderen. Deswegen machen wir das, geben einmal 50 Gold aus, bekommen 20 Achtung von ihm und dann können wir ihn mit reinziehen bei der Bedrohung des Schatzmeisters. Das sollte ja schon immense Vorteile bringen. Und wenn wir hier irgendwann mal richtig Probleme haben mit der Nahrung, könnten wir natürlich auch über das Kommando auch mal eine Runde gewinnen und eine Runde überbrücken. Indem wir die Gewinne, die wir uns reinholen können, nach vorne ziehen, einen Monat nach vorne ziehen. Aber im Großen und Ganzen darf das so nicht bleiben. Wir könnten tatsächlich überlegen, ob wir mal einen Tauschhandel anvisieren. Wir gehen mal in die Haltung rein und schauen nochmal kurz, wer uns denn wohlgesonnen ist. Also alles im Süden eigentlich. Das wäre ganz schön, wenn die uns auch wohlgesonnen bleiben. Das wäre auch ganz schön. Also hier im Süden hätten wir dann beispielsweise Kurkur oder Miam. Oder Nubet, um hier dann die Beziehung zu verbessern. Und dann können wir irgendwann so eine Pufferzone gen Süden machen, dass wir uns wirklich auf eine Richtung konzentrieren können. In unserem Fall wäre es dann der Norden oder eventuell auch der Westen. Und wenn wir dann hier so eine Pufferzone haben an Freunden, dann brauchen wir hier keine Armeen stationieren, sondern könnten unsere gesamte militärische Kraft auf eine Richtung konzentrieren. Und das bringt dann richtig viel. Das hat dann richtig große Wirkung auf den Feind und natürlich auf die Stellungspositionen. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, die Diplomatie so zu führen, dass man sich Freunde macht. Vielleicht gibt es ja jemanden von denen, die gerade Stein brauchen, aber zu viel Nahrung haben. Abeju zum Beispiel. Kurkur, da sind sie doch. Darf ich diesen Besuch verzeichen eurer Wertschätzung? Und zwar hätte ich gerne. Ich weiß noch nicht, was ich gerne hätte. Wir geben dir mal, du hast auch Interesse an Holz, das ist gut. 139 Steinen. Das ist eh nur für 10 Runden. Das heißt, nach den 10 Runden bekommen wir das eh wieder. Und wir haben schon einen guten Puffer an Steinen. Das sollte eigentlich passen, wenn wir jetzt nur 100 Steinen die Runde bekommen. Und du bekommst 54 Holz. Und ich hätte gerne 800 Nahrung. Ist das ein guter Deal? Anscheinend nicht. Wie sieht es denn mit 500 Nahrung aus? Ja, 500 Nahrung ist gar nicht ein schlechter Deal, sagt er. Du bekommst noch ein Gold. Ja. Das wird jetzt nicht lange reichen. Das wird jetzt reichen für, sagen wir mal, bis wir die nächsten Einheiten rekrutiert haben. Dann werden wir wieder Minus sein. Aber das ist alles gar kein Problem. Denn solange wir nur marginale Minus sind, können wir den großen Puffer, den wir hier schon angestaut haben, den können wir angehen. Das ist ja gar kein Problem, bis wir dann hier die nächsten Feinde eingenommen haben oder unsere Gebäude verbessert haben. Wichtig ist nur, dass wir hier den großen Batzen des Minus wegbekommen. Und erstmal wird das zu einem Plus werden. Das bestätigen wir so. Und schlagen ihm das vor. Findet er gut. Das heißt, wir haben jetzt Stein und Holz, was wir weggeben und ein Gold und bekommen eine ganze Menge Nahrung dafür. Das geht nur über 10 Runden. Danach ist alles wieder wie vorher und wir haben keinen Verlust mehr bezüglich unserer Ressourcen. Und bis dahin haben wir vielleicht die Nahrung schon im Griff. Wir sehen jetzt natürlich, wenn wir diese beiden Einheiten holen, sind wir wieder Minus, was das angeht. Das ist nicht klar, aber wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass dieses Minus nicht allzu groß ist. Und notfalls hätten wir auch noch ein bisschen Gold, was wir abgeben könnten, um noch jemanden nach ein wenig Nahrung zu fragen. Das sieht erstmal alles ganz gut aus und mit allem, was wir gemacht haben, können wir mit stolz geschwellter Brust in die neue Runde gehen. 64 Fraktionen sind noch am Start. Das ist gar nicht mal so viel. Da ist auf jeden Fall schon einiges passiert. 62 nur noch. Da passiert auch weiterhin einiges. Ich bin unaufhaltsam. Und unsere Händlerin ist angekommen. Unsere Karawane ist angekommen. Und wir haben gesehen, Bronze wird zum Beispiel gebraucht in, ich glaube Sinai war das. Das können wir jetzt hier, glaube ich, nicht sehen. Aber wir können jetzt auf jeden Fall sagen, komm, wir wollen hier die Rinderherde loswerden und wir wollen was dafür einkaufen. Was hätten wir denn? Was hätten wir denn? Steineinkommen 1200. Wäre nicht verkehrt. Also für uns jetzt schon mal. Nochmal ein bisschen Stein holen. Ja, sowas könnte man machen. Hättet ihr denn auch Nahrung? Oh, Asenfrüchte. 400 Nahrung. Ja, hättet ihr. Und wir haben hier 800 Nahrung gebracht für einen 20er Wert. Wir bekommen 400 Nahrung für einen 5er Wert, weil das hier besonders gefragt ist, das hier produziert wird. Das heißt, dass wir diese Nahrung zum halben Preis bekommen, wenn man so möchte. Und wir haben gerade tatsächlich Probleme, was unsere Nahrung angeht. Deswegen würde ich das einfach mal kaufen und haben jetzt 7 mal 400 Nahrung geholt. Das macht insgesamt 2100 Nahrung, die wir jetzt hier in der Karawane drin haben und haben immer noch richtig gute, einen richtig guten Gegenwert. Könnten vielleicht auch einmal Nahrung zurückgeben und dann nehmen wir zwei Bronzebaren mit und gehen dann nämlich direkt weiter zu, Sagen wir mal Sinai. Sagen wir mal Sinai, das könnten wir machen. Oder wir sagen, wir kaufen uns hier den verzierten Dolch aus himmlischen Eisen, denn das würde nicht nur die Aura-Größe erhöhen, sondern auch den Unterhalt senken. Für die Nahkampfinanterie. Jetzt hat Tausrett natürlich eine sehr durchmischte Armee, wo Nahkampf sicherlich nicht unwichtig ist, aber natürlich auch nur die Hälfte der Armee darstellt. Aber wenn wir jetzt sagen wir mal 10 Einheiten, die 100 Nahrung kosten, 10% Nahrung weniger geben müssten, dann wären wir bei ungefähr 100 Nahrung, die wir einsparen könnten, jede Runde. Später bekommt sie sicherlich noch bessere Artefakte, die sie noch besser benutzen könnte. Aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt gerade zum Anfang besser ist, hier den verzierten Dolch zu nehmen. Hat natürlich auch in gewisser Weise den Zinses-Zinseffekt. Je mehr wir am Anfang die Nahrung einsparen können, desto mehr können wir investieren und können dann später mehr daraus gewinnen. Ich glaube, wir nehmen mal den verzierten Dolch mit. Und dann geht es wieder zurück nach Hause. Wir hätten natürlich jetzt auch die Bronzebarren mitnehmen können, dann wären wir weitergezogen, hätten dort vielleicht auch was eingekauft. Aber so können wir uns erstmal hier über Wasser halten, was die Nahrung angeht und auch den Unterhalt senken, was die Nahrung angeht. Das ist doch super. Verhandlung abschließen, Abkommen treffen und dann geht es wieder zurück zur Hauptstadt. Bitte. Sehr gut. Jetzt kann Tausrett natürlich auch noch obendrein hier den Handelsposten besuchen, wodurch der Unterhalt auch nochmal gesenkt wird. Und dann sollten wir hier wieder im positiven Bereich sein. Jedenfalls für vier Runden. Und das ist ja schon mal alles, was wichtig ist für uns. So, dann geht sie im Marsch. Dann geht sie im Marsch, so weit gen Norden, wie es nur geht. Wir sollten auch bald die Außenposten gebaut haben, dass wir hier keinen Verschleiß mehr haben in unseren eigenen Landen. Und dann könnte sie, wenn sie hier an der Grenze ist, noch einmal rekrutieren. Und dann könnten wir schon den Krieg beginnen. Gegen Abedju. Wie sieht es denn mittlerweile aus? Abedju. Welchen Stärkrang habt ihr? Das kann ja schon mal so ein bisschen ein Indikator sein. 33, das ist gut. Ihr handelt mit Chaga. Ja, okay. Und mit Sauti. Sauti ist hier oben. Ziemlich stark. Aber nur Stärkrang 40. Okay. Aber hat viele Außenposten, hat sich schon ganz gut ausgebaut. Aber nur Stärkrang 40. Das sollte doch alles passen, soweit. Sehr, sehr schön. Drei offene Aktionen. Klar. Wir können jetzt loslegen und am Hof den Komplott beginnen. Und werden ihn beginnen gegen Schatzmeister. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der Schatzmeister von Sheedet. Wir bedrohen ihn. Wenn es klappt, wird Tausret die neue Schatzmeisterin. Die Basischance liegt bei 31%. Doch, das können wir erhöhen, wenn wir gleich noch Leute dazu ziehen. Können wir noch nicht diese Runde machen. Denn wir haben keine Hofaktion mehr. Deswegen hoffe ich, dass das noch nicht ausgespielt wird. Sondern, dass das hier noch so lange es geht. Drin bleibt. Das wäre relativ wichtig. Wir können auch beispielsweise. Die Intrige untergraben. Da bräuchten wir allerdings vom Schatzmeister Seba. Achtung. Das würde genauso funktionieren. Aber wenn wir den Pharao mit reinziehen. Dann sollte das wirklich den maximalen Bonus geben. Und damit geht es nochmal eine Runde weiter. Abiju ist unser nächstes Ziel. Und die wollen auch was von uns. Oh, das ist interessant. Die wollen, dass wir den einmalig 700 Steinen geben. Was sehr viel ist. Und wollen einen Nicht-Angriffspakt. Als würden sie das schon ahnen, was hier blüht. Aber nein. Wir wollen ja... Wir wollen sie ja angreifen. Und das würde unsere Verlässlichkeit senken. Und wenn unsere Verlässlichkeit niedrig ist. Dann würden uns andere nicht mehr so wohlgesonnen sein. Und es wäre viel schwieriger, weitere Pakte zu schließen. Was wir natürlich nicht wollen. Aref möchte von uns 70 Steinen über 9 Runden. Ne. Ehrlich gesagt nicht. Wir haben schon so viel Steinen ausgegeben. Das brauchen wir selber. Ist natürlich nett, dass er uns Nahrung geben möchte. Aber nein. Das ist kein guter Plan. Das gefällt mir gar nicht. Sehr gut. Also wir sind tatsächlich noch so ein bisschen... Also immer noch ganz gut dabei. Obwohl wir zu wenig Nahrung haben. Haben wir durch ein paar Tricks das gerade ganz gut auf dem... Auf dem Zettel. Auf dem Plan. Das ist wirklich schön. Unterhaltet insgesamt 6 Einheiten. Mit Streitwagen. Ja, würde ich gerne machen. Wir haben das Gebäude noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob wir es in 12 Runden schaffen. Dadurch könnten wir dann durch die Spezialrekrutierung nochmal bessere Wagenlenker holen. Das wäre schon interessant. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen würden. Errichtet ein Gebäude, das Gold produziert. Werden wir wahrscheinlich nicht machen. Haltet 5 Siedlungen. Also eine weitere Siedlung holen. In 12 Runden. Klingt realistisch. Und wir würden nochmal 1500 Nahrung bekommen. Das könnte uns nochmal den Popo retten. Machen wir. Expansion. Euer Königreich gedeiht und doch sehnt es sich nach weiterem Wachstum. Es ist an der Zeit für euch, neuen Ländern den Segen eurer göttlichen Führung zu schenken. Bestätigen. Und dann bekommen wir sogar noch ein bisschen Nahrung im besten Fall, falls es klappt. Ich denke schon. Mehr Holz. Mehr Erfahrung durch Gefechte. Mehr Einfluss. Mehr Gold. Ich glaube es ist Zeit für bessere diplomatische Beziehungen. Ja. Wir wollen ja hier unten unseren Kordor Sanitär herstellen. Ich glaube dann wird es sehr wichtig sein, dass sie uns auch durch die königliche Erlasse ein bisschen mehr mögen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Es wird sich wahrscheinlich ändern, wenn wir Abed-Ju hier angreifen. Dann wird sich sicherlich das Verhältnis nochmal ändern von einigen. Aber das ist dann einfach so. Danach gehen wir ja dann gen Westen und holen uns auch die Gebiete, die uns gerade nicht so wohlgesonnen sind. Tausred. Du siehst alles, genau. Du kannst jetzt ohne Verschleiß hier langlaufen. Das ist sehr gut. Und du rennst jetzt so nah, wie es nur geht, an die Grenze. Und dann könntest du in einer Runde sogar den Beobachtungsposten holen. Sehr gut. Ich brauche die richtigen Leute. Um jetzt zu rekrutieren. Achso, da hast du natürlich nicht. Ach, du warst in einer Maßstellung. Okay, verstehe ich. Darfst du in einer Maßstellung natürlich nicht machen. Das ist klar. Aber wären wir in einer Maßstellung langgelaufen, hättest du eh zwei Runden gebraucht. Von daher macht es keinen Unterschied, dass du nächste Runde dann hier noch näher rangehst. Und wir dann noch einmal rekrutieren. Das macht keinen Unterschied. Okay, sehr gut. Vielleicht können wir noch ein paar Gebäude bauen. Vier Arbeiterschaft ist natürlich auch schlecht für die Zufriedenheit. Deswegen sollten wir da eh ran. Und wir könnten das Gebäude hier auf Stufe 4 bringen. Das heißt, wir hätten dann wirklich auch mal einen weiteren Streitwagen. Aber mittelschwer. Und wir haben gesagt, vorerst wollen wir auf leichten Einheiten bleiben. Die mittelschweren Einheiten sind natürlich eine logische Konsequenz. Auch gerade die Bogenschützen können wir auch gut aufstellen und sichern. Dann passt das auch alles. Aber es gibt andere Gebäude, die wir gerade vielleicht ein bisschen dringender bräuchten. Zum Beispiel das Gebäude, was uns mehr Nahrung bringt für die gesamte Provinz. Das können wir auch in den Regionen machen, in denen wir keine Nahrung herstellen. Aber es stärkt Jeboneken, was Nahrung angeht. Und deswegen wollen wir das machen. Einerseits hier, als auch hier. Und dann haben wir nämlich auch schon unsere gesamte Arbeiterschaft ausgegeben. Wir können auch Stein auf Stufe 3 bringen und Gold auf Stufe 3 bringen. Und dann natürlich auch Gebäude bauen, die auch das nochmal unterstützen. Sowohl Stein als auch Gold. Und das werden wir natürlich auch machen, das ist klar. Sehr schön. Ich bin auch sehr glücklich, dass wir dann hier entsprechend dieses Gebäude hier mit diesem Bonus haben, dass die Produktion aller Ressourcen um 20% gesteigert werden. Was ja hier auch nochmal einen großen Bonus bringt. Also was Nahrung angeht, haben wir uns ganz gut über Wasser gehalten. Aber das ist alles nur temporär. Zum Teil auch aufgrund dieses Handels hier mit dem ägyptischen Handelsposten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen und ein bisschen, ja, das Fingerspitzengefühl haben, dass das hier nur vorübergehend ist. Dass wir da wirklich auch weiterhin die Gebäude bauen, wie wir es jetzt hier tun. Wir können nochmal in den Sofortbau reingehen. Und je früher wir das machen, desto eher bekommen wir mehr Nahrung. Machen wir mal. Und da sehen wir, ist auf 398 hochgegangen. Das ist gar nicht wenig. Das ist gar nicht wenig. Und es senkt natürlich auch die Rekrutierungskosten, was Nahrung anbelangt. Das finde ich auch ganz schön. Wir könnten hier auch Sofortbauen mit Gold. Das wollen wir natürlich nicht. Und wenn wir das hier nicht nutzen, das Kommando, dann bekommen wir beim nächsten Horus Glide wieder einen kostenlosen Sofortbau. Wir gehen nochmal auf den Hof rauf, denn wir haben einen Komplott geschmiedet. Den Bedrohungskomplott. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, liegt nur bei 31%. Im besten Fall können wir hier den Pharao mit reinziehen. Konspirieren. Und schon sind wir bei 46%. Das ist tatsächlich schon mal deutlich besser. Ein bisschen weniger, als ich mir erhofft habe. Aber vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Denn der Vizekönig von Kusch kommt ja auch noch dazu. Sehr schön. Dann geht es nochmal eine Runde weiter. Seti macht auch noch keine Faxen. Das gefällt mir. Ich bin ja eigentlich nicht so der größte Fan von militärischen Bündnissen, weil die uns ja auch in Kriege reinziehen können. Apropos. Doch wenn sich Brüder gegen Brüder wenden, gelten Tugende nichts mehr. Und Blutvergießen ist unumgänglich. Blutvergießen ist unumgänglich. Da ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Und zwar der hittitische Bürgerkrieg. Nicht in Ägypten. Von daher ist es uns egal. Aber wir sehen jetzt, dass der Großkönig Großkönig von Hatti, Shupio Yuma, gerade jemanden hat, mindestens einen Prätendenten, der seine Stellung anzweifelt. Und das könnte tatsächlich auch hier in Ägypten passieren. Aufgeflogenes Hofkomplotz. Eure Pläne sind nicht so gut geschützt, wie es euch eure Verbündeten glauben lassen wollten. Aber das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem achtenswert wären. Wenn ihr gewählt seid, ihn zu entsagen, können wir unsere Ziele in aller Eintracht verfolgen und wir werden unser neues Bündnis als Zeichen des guten Wehens mit etwas weitaus glanzvollerem besiegeln. Wir könnten unser Komplott abbrechen und würden 60 Achtung vom Schatzmeister Schädet erhalten und 100 Gold. Oder wir lehnen das ab und er verliert Achtung. Wir lehnen das ab, wir wollen das durchziehen. Das bringt uns nicht viel. Das bringt uns tatsächlich nicht viel, wenn wir jetzt hier sagen, komm, wir wollen jetzt eine Achtung haben oder wir wollen jetzt ein bisschen Gold haben. Nein, wir wollen an seine Stelle ran und dann ist es uns auch egal, was er von uns zählt. Wir gehen direkt auf den Vizekönig von Kusch und fragen, ob er hier auch beitritt und dann sind wir schon bei 61%. Und das ist ja schon mal ein bisschen was. Das ist ja schon ein bisschen was. Dann könnten wir tatsächlich noch einmal tratschen und dann hätten wir schon Horus geleit. Wahrscheinlich kommen wir nicht auf mehr als 61%. Der Komplott wird wahrscheinlich abgeschlossen. Da es jetzt aufgeflogen ist, könnte es natürlich auch sein, dass wir eine ganze Menge Legitimation verlieren, wenn das hier nicht klappt. Oha, das könnte noch schwierig werden. Die Händlerin ist zurück und wir sind angekommen in unserer Hauptstadt. Ja, und der himmlische Dolch aus himmlischen Eisen kommt zu Tausret und die Oasenfrüchte, die kommen hier zurück in unser Land. Und da sehen wir 6344 Nahrung, weil wir das natürlich entsprechend zurückgeholt haben. Das ist sehr cool. Jetzt könnten wir die Rinderherde wieder mitnehmen. Wir haben aber gerade Nahrungsprobleme, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Aber wir müssen natürlich den Krieg auch länger denken. Es kann natürlich sein, dass der Krieg jetzt wirklich noch länger sich hinzieht und wir dann hier über mehrere Runden im deftigen Defizit sind. Da wollen wir jetzt nicht, da wollen wir jetzt nichts riskieren. Und aus diesem Grund nehmen wir einfach mal ein bisschen Seile mit, würde ich sagen. Nehmen einfach ein bisschen Seile mit, auch wenn es niemand haben will. Auch wenn es niemand haben will. Wenn wir nach Nubien gehen, dort könnten wir tatsächlich Rinderherden holen, relativ günstig. Und dann zur westlichen Wüste, oder wir holen uns die wieder zurück nach Oberägypten. Komm. Wir holen uns Rinderherden dort in Nubien. Und was nehmen wir mit? Speer- und Taschendieb. Naja, solange wir sie haben, ist es okay eigentlich. Solange wir nicht zu viel davon haben. Wir nehmen jetzt einfach mal richtig viele Seile mit. 500. Expeditionswert. Und dann können wir nämlich auch ordentlich was hier einkaufen. Expeditionen senden. Einmal nach Nubien. Nubien, auch aus dem Grund, weil es relativ nah ist, gibt für mich keinen Grund, jetzt lange Reisen zu machen. Vor allem, weil niemand auch Holz nachfragt oder die Seile nachfragt. Das heißt, der Wert ist einfach der ganz normale Wert. Tausred, du gehst in die normale Stellung rein. Gehst hier auf den Weg rauf. Und dann holen wir nochmal zwei Bogenschützen. Und Tausred, du hast jetzt den Bogen, äh, den, den Dolch, oder? Jawohl. Das heißt, in der nächsten Runde wird der Unterhalt nochmal gesenkt. Das ist sehr, sehr gut. Jedenfalls 10% für die Nahkampfinfanterie. Das sind vier Einheiten. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das sind so um und bei 100 Nahrung weniger. Warum nicht? Warum nicht mitnehmen? Jedenfalls für den Beginn. Und später können wir ja auch die, die Sachen wieder verkaufen. Das ist ja auch gar kein Problem. Wenn wir was nicht mehr brauchen, nehmen wir das mit und verkaufen das sonst wo und verscherben das auf dem Markt. Das passt ja alles. Auf dem Hof haben wir bereits alles gemacht, haben das hier auf 61% gebracht. Sehr schön. Haben noch zwei offene Aktionen. Klar, wir könnten nochmal gucken, ob wir irgendwas bauen können. Und da könnten wir Mies auf Stufe 3 bringen beispielsweise. Ja, warum nicht? Oder erstmal unseren Steineinkommen verbessern. Sieht aber gerade momentan immer noch gut aus mit dem Stein. Wir gehen erstmal auf Mies. Das ist eh eine endliche Ressource. Das heißt, wir kommen auch nicht in den Zinseszinseffekt. weil es sowieso endlich ist. Genau. Das sollte passen. Und wenn Mies dann auf Stufe 3 ist, können wir beispielsweise ja auch dieses Gebäude upgraden und dann auch das Gold auf Stufe 3 bringen. Sehr schön. Im Jebu müssen wir natürlich auch noch hoch, das ist klar. Aber im Großen und Ganzen bin ich erstmal sehr zufrieden damit. Und dann wird es in der nächsten Runde wahrscheinlich hier bereits zur ersten militärischen Operation gegen Abed-Ju führen. Wo wir gerne noch einmal gegenprüfen können, wie es denen so geht. Vom Stärkrang. Stärkrang 34, 423. Das ist immer noch knapp. Aber das zeigt schon mal, dass wir relativ auf Augenhöhe sind. Auf Augenhöhe deshalb, weil er natürlich in einer Verteidigungsposition ist und demnach auch ein paar Vorteile genießen kann. Wir beenden die Runde und bekommen ein Angebot von Shaded. Die wollen ein bisschen Holz haben, geben uns eine ganze Menge Nahrung dafür. Wir können unsere Holzgebäude auch noch upgraden. Komm, das nehmen wir sogar an. Das nehmen wir sogar an. Gold wollen wir erstmal nicht loswerden. 65 Holz für 345 Nahrung nehmen wir an. GTA Eno 6 Runden. Nach 6 Runden ist alles wieder beim Alten. Von daher können wir das machen und wir haben hier unsere Nahrungsprobleme komplett gekontert. Das ist richtig gut. Fraktion vernichtet Ubert Duart. Ich muss leider noch ein bisschen gestehen, dass ich die Namen noch nicht alle drauf habe. Das fällt mir tatsächlich noch sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, das kommt mit der Zeit. Gebäude und Einheiten. Genau, die Getreidegruppe wurde gebaut und die Bogenschützen von Taos rettet. Und dann sollten wir so langsam in den Kampf gehen gegen Abed Juh. Ihr führt Krieg gegen Shen mit Min. Und Shen mit Min Könnten wir anbieten dem Krieg beizutreten. Dann könnten wir irgendwann sagen, hey, wir wollten ja gar nicht in den Krieg rein, sondern es war einfach eine diplomatische Aktion. Wir wollten ja gar nicht einfallen bei euch. Und nicht angegriffspakt will ich erstmal nicht machen, weil ich noch nicht weiß, wie es dann weitergeht. Und ich gucke mal, was er uns dafür geben würde. Ne, das ist ja gar nichts. Was hat er denn im Überfluss? Bronze hat er im Überfluss? Wir haben Bronze noch im Minus momentan. Was hältst du denn davon, wenn du uns 17 Bronze gibst? Über 10 Runden. Das ist nämlich genau das, was wir im Minus sind, dann wären wir bei 0. Jedenfalls sind wir hier im Minus unter der Voraussetzung, dass wir beim Handelsposten waren, aber dann können wir das ganz kurz einmal auf 0 bringen. Und ich meine, das kostet uns ja alles hier nichts. Wir wollen den Krieg ja eh beitreten. Das heißt, wir haben hier 170 Bronze, geschenkt, wenn man so möchte. Wir schlagen das vor, er nimmt das an und wir sind im Krieg gegen Abedjou. Sehr schön. Beim Hof gucken wir mal, ob wir noch jemanden reinziehen könnten. Ich gucke mal, ob wir den Hohepriester des Amun mit reinbekommen. Ich tratsche mal mit ihm. Wird wahrscheinlich nicht mehr klappen, glaube ich. weil jetzt ist gleich Horus geleit, aber wir probieren es aus. Wir tratschen noch einmal mit ihm. Und haben noch zwei offene Aktionen. Generell nicht bewegt, genau, das machen wir jetzt. In Yebo können wir noch was bauen. Ja, zum Beispiel könnten wir in Mees die Gold Minie aufwerten. Und was spricht denn dagegen, mehr Gold zu haben? Gold können wir nutzen für beispielsweise Sofortbau. Wir brauchen Gold später auch für Truppen, für Gebäude teilweise, wenn man große Monumente baut beispielsweise. Und Gold ist natürlich auch super, wenn man beispielsweise Handel treibt. Also mit diesen 105 Gold könnten wir uns gut über Wasser halten, wenn uns irgendeine Ressource irgendwann ausgeht. Das sollten wir auch alles nutzen. Sofortbau bringt natürlich nichts, wenn wir keine Arbeiterschaft haben, um dann direkt das nächste zu bauen, deswegen lassen wir das auch. über 80% Einfluss, richtig gut ist, weil dadurch die Produktion nochmal erhöht ist. Richtig schön, jetzt sind wir bei 1000 Nahrung im positiven Bereich. Das heißt, selbst wenn das hier gleich weg ist, sollten wir hier noch positiv bleiben. Aber diese 1000 werden gleich nicht mehr so schön sein. Wir greifen jetzt mal den Beobachtungsposten an. Und ich würde sagen, wir sollten das niederbrennen. Wir sollten das Ding niederbrennen. Sehr schön. Das heißt, dieser Außenpostenplatz ist kaputt und wir können auch direkt zum Monument gehen, auch das niederbrennen und dann sind wir schon sehr nah an Abed Ju dran und dann sehen wir auch, ob die Armee da ist, um die Stadt zu retten oder nicht. Beim Monument wäre es natürlich auch so, das bräuchten wir gar nicht niederbrennen, das könnten wir auch einfach plündern. Würden 61 Bronze bekommen, wir haben aber einen großen Bonus an Bronze, ich brenne das mal nieder, damit seine Legitimation auch ein bisschen runter geht, wird uns ja auch hier bei der Hofaktion helfen tatsächlich. Ist immer noch bei 61%. Weil ihr unsere eigene Legitimation, je mehr wir haben, desto höher die Wahrscheinlichkeit und je mehr der Feind hat, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Das heißt, auch solche Aktionen können wir durchführen, um hier die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen oder zu oder niedriger zu machen. Kann aber sein, dass es auch erst in der nächsten Runde aktualisiert wird. Sehr schön. Also, militärisch und höfisch sind wir relativ intrigant unterwegs. Aber so will ich das auch sehen von einer Pharaonen im Spiel. Wir beenden die Runde und schauen uns an, was passiert. Und Tisseti greift eine Fraktion an. Das ist jetzt natürlich richtig richtig ärgerlich, weil wir uns ja gerade im Krieg befinden. Und wir sehen, dass es hier die Partei hier zu unserer Rechten ist. die mag uns eigentlich auch. Wenn wir das allerdings ablehnen, dann ist unsere Verlässlichkeit komplett im Keller. Wir müssen dem Krieg beitreten, haben jetzt aber einen wichtigen oder einen starken Feind zur Rechten. Das ist nicht gut. Nicht während wir Säberner Offensive sind. Das ist richtig schrecklich. Frieden ist ein empfindliches Gleichgewicht. Doch wenn sich Brüder gegen Brüder wenden, gelten Tugende nichts mehr und Blut vergießen ist unumgänglich. Und so bricht auch in Ägypten Bürgerkrieg aus. Ja, jetzt haben wir dicke Probleme. Jetzt haben wir dicke Probleme. Okay. Es ist Horus geleit. Das ist erstmal was Gutes. Aber wir haben dicke Probleme, denn wir sehen Truppen. Klar, Vazid hat hier seine 20er Truppe direkt am Start und könnte hier natürlich auch sehr schnell uns angreifen. Das tut echt weh. Dann haben wir hier eine 6er Armee von Abed Jou. Wir haben natürlich eine 9er Garnison in Mees. Die Frage ist, ist die in der Lage diese 6er Armee zu kontern. Das wissen wir natürlich nicht. Tendenziell ja. Aber wir wissen ja nicht, was er hier noch für Einheiten drin hat. Das ist alles nicht so schön. Jetzt bricht ein Bürgerkrieg aus aus. Und das schauen wir uns natürlich auch als allererstes einmal an. Also bei Macht der Krone ist jetzt ein Bürgerkrieg ausgebrochen und der Pharao Merneptah der wird angefochten und der Bürgerkrieg dauert jetzt 17 Runden und Armen Messe möchte ja der möchte hier die Krone haben. Aber Drew und Z Nacht sind auch weitere Prätendenten und hier könnten wir uns tatsächlich auch noch mit einreihen. Wir haben 49 Legitimation das ist gar nicht schlecht. Könnten uns auch mit in den Bürgerkrieg einreihen aber wir haben gerade ganz eigene Probleme. Wir sollten schlau sein. Wir sollten jetzt nicht zu schnell auf die Krone geiern sollten tatsächlich uns erstmal ein bisschen zurückhalten eine wirtschaftliche Macht aufbauen damit wir uns den Krieg dann auch später leisten können damit wir das finanzieren können. Das würde jetzt keinen Sinn ergeben. Das wäre blöd. Das machen wir nicht. Das bedeutet dass wir am Hof dass wir am Hofe natürlich auch noch ein paar Intrigen schmieden können und ihr seht schon dass wir hier zur Schatzmeisterin geworden sind. Das ist ja großartig. Mich gerade schon gewundert warum wir 49 Legitimation hatten. Wir hatten noch eben so um die Ende 30 weil wir den neuen Titel haben Schatzmeister. Das ist cool. Das ist richtig richtig cool. Und damit ja schauen wir uns das nochmal an. Das war erfolgreich hier und er wurde abgesetzt. Wir sind jetzt drin. Das ist richtig gut. Wir können uns jetzt natürlich bei anderen Leuten einschleimen um beispielsweise auch Komplotte gegen uns abzuwehren. Das ist nicht unwichtig und durch Tratschen können wir auch von anderen Komplotten erfahren. Jetzt ist mir erstmal wichtig im ersten Schritt dass wir hier den Posten der Schatzmeisterin weiterhin halten können. Und aus diesem Grund sollten wir erstmal ein bisschen rum tratschen. Und mit ihm sind wir gerade im Krieg. Deswegen tratsche ich erstmal nicht mit ihm, sondern wir tratschen erstmal hier mit dem Visier von Rakotes. Und bekommen dann natürlich auch die Möglichkeit hier ein bisschen Achtung zu bekommen. Das sollten wir bei allen so ein bisschen machen, damit wir so eine Grund Achtung bei jedem haben. Hier bei ihm haben wir schon Achtung geholt. Wir wollten ihn noch mit reinziehen im besten Fall. Das ist sehr schön. Dann können wir uns einmal die Bauarbeiterlöhne anschauen. Und da kommen wir schon rein in die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, weil wir zur königlichen Schatzmeisterin gehören. und da sehen wir schon, wir können hier auf den verschiedenen Gebäudetypen Rabatt anwenden. Könnten sagen, wir wollen jetzt ein bisschen Rabatt bringen auf Ressourcengebäude und Produktionsgebäude. Ich glaube, das ist für uns gerade am besten und deswegen gehen wir da rauf, wenden das an, haben hier bereits schon ein bisschen getratscht, werden auch mit ihm noch mal ein bisschen tratschen und dann sollten wir hier so ein bisschen im Sattel sein, das ist schon ganz gut. Dann sind wir auch mit Händlerin Hatschepsut angekommen und zwar hier drüben in Nebu war das, Nubien war das. Also, wir könnten Rinderherden holen, um hier die Nahrung aufzustocken, werden wir auch gleich brauchen, weil wir brauchen bestimmt gleich eine zweite Armee. Wenn ich mir anschaue, dass Kriege führen, wahrscheinlich brauchen wir eine zweite Armee. Das könnte ich mir schon vorstellen. Wir könnten aber auch überlegen, ob wir hier was mitnehmen, was uns eventuell auch erstmal die gesamte Provinz ein wenig verbessert. Also, wir verkaufen erstmal alle Seile und gucken, wie viele Punkte wir dann haben. Eine ganze Menge. Hier hätten wir nubische Handwerker. 10% mehr Nahrung, 10% mehr Stein, 10% mehr Gold, 10% mehr Bronze und Holz. Für sechs Runden, für 20 Punkte, das ist mega günstig, das nehmen wir mal mit. Dann weniger Unterhalt auf Geschoss Infanterie. Könnte man auch mitnehmen. Aber es ist nur für sechs Runden gedacht, deswegen finde ich das nicht ganz so spannend wie das andere, was wir letztes Mal mitgenommen haben, aber könnte man ruhig machen. Ja, weniger Unterhalt für Eliteeinheiten, das brauchen wir gerade nicht, Zufriedenheit brauchen wir nicht. Ja, also wir könnten durchaus sagen, kommen, wir nehmen nochmal ein paar Rinderherden mit. 4 mal 800, das heißt 3200. Das ist nicht schlecht. Können auch gern ein bisschen Gold mitnehmen. Warum nicht ein bisschen Gold mitnehmen? Und meinetwegen auch ein bisschen Holz, dann haben wir noch 25 Punkte. Was können wir uns damit holen? Nobischen Handwerker haben wir uns schon geholt. Dann holen wir uns doch hier mal Schmuck aus Kerma 10% weniger Unterhalt. Nach 25 Punkte. Und mit diesen 25 Punkten wollen wir uns nochmal nubische Handwerker verhandlungen abschließen. Wunderbar. Gehen dann wieder zurück nach Hause. Später wollen wir natürlich auch mal eine Tour machen, dass wir hier überlang gehen und dass sich der Wert hier ständig verbessert, ständig vergrößert. das wäre natürlich auch sehr mächtig, aber ich glaube, dass wir gerade sehr gut damit fahren, wenn wir sagen, komm, wir bringen das erstmal nach Hause, zurück zur Hauptstadt. Tausretz! Na komm schon, Tausretz! Du wirst nicht zurücklaufen. Wir haben jetzt den Krieg begonnen, jetzt müssen wir noch durchziehen. Hol dir mal Abedjou, die Hauptstadt! Und die Hauptstadt ist natürlich gut besetzt, sie ist gut verteidigt und trotzdem vier Runden, obwohl wir den Turm rausgenommen haben. Was brauchen wir? Was brauchen wir, um so eine Hauptstadt einzunehmen, klar. Erstmal Rambog, um das Tor zu brechen. Mauer untergraben, können wir gerne auch mitnehmen. und dann so ein paar Belagungstürme und zwei Leitern. Fünf Runden, dann wären wir auch einmal im Verschleiß drin, das sollte passen. Belagung fortsetzen, ich schätze mal, dass wir das abbrechen müssen, weil höchstwahrscheinlich die Hauptarmee kommen wird. Wenn sie kommt, dann werden wir außerhalb gegen die Kämpfen. In Mies werden wir eine weitere Armee aufstellen, um diese Armee hier zu kontern und die kann dann nämlich auch hier rüber rennen nach Neken, um uns zu verteidigen gegen Vasit, jedenfalls potenziell zu verteidigen, weil Siti hat uns hier in einen Krieg reingeritten und ich hoffe, er greift dann auch gleich selber an. Also vielleicht können wir wirklich sagen, komm, greif mal hier unten Chati an. Damit Vasit auch von dir Aufmerksamkeit bekommt. Ach, Siti, das kam wirklich zum falschen Zeitpunkt. In Mies stellen wir einen neuen General auf und dieser General wird eine Menge Nahrung kosten, aber das ist jetzt so. dieser General wird der zweite hier, Munemi, den zwei Punkte auf diesem Vogel heißt, glaube ich, dass er schneller ist auf der Kampagnenkarte und das könnte hier wichtig sein, wenn wir hier so einen Kollegen haben, der hier Quatsch macht, den wir verfolgen müssen und wenn wir hier schnell rüber müssen. Das heißt, er sollte ein bisschen schneller sein als die anderen beiden. Dann nehmen wir mal Muneni mit. Der kommt nach Mies rein, kann dann Mies auch weiter unterstützen und darüber hinaus bekommt er natürlich noch Einheiten dazu. Jetzt am Anfang ist es wichtig, dass wir einfach Einheiten haben, die die Linien so ein bisschen halten können. Ja, sei der Geiz, oberägyptische Axtkämpfer brauchen wir da. Sehr gut. Ist gefährlich, es ist alles sehr gefährlich hier. Klar, wir können vielleicht noch Dinge bauen. Jetzt wird es wirklich knapp mit der Nahrung. Ich sage es die ganze Zeit, aber so langsam passiert es, wird es immer schlimmer mit der Nahrung. Und genau, hier können wir nicht auf Stufe 4 gehen, weil das eine Nebensiedlung ist und die Gebäude nur bis Stufe 3 gebracht werden können. Aber hier könnten wir auf Stufe 4 gehen, wenn wir mehr Arbeiterschaft hätten. Dann würde ich tatsächlich auf Stein verzichten, denn wir haben noch ganz gut Stein. Und wir sparen eine Runde noch auf Stufe 4, damit wir dann nämlich auch die Stufe 4 Gebäude bauen können, wie zum Beispiel hier dieses Gebäude auf Stufe 4 bringen. Dann würden wir noch mehr Nahrung aus dieser Provinz rausholen. Und wir müssen hier wirklich alles an Nahrung rausholen, was wir rausholen können. Momentan holen wir hier 1500 Nahrung raus. Das ist richtig viel, aber es geht noch mehr. Und wir werden das auch noch weiter ausschöpfen. Wir müssen alles rausholen, was wir rausholen können. Am Hofe haben wir auch keine Aktion mehr und dann beenden wir die Runde. Es ist sehr spannend. Was macht Vasit? Was macht Abedjou? Was machen andere Leute? Nein, die nächsten Handelsverträge werden wir uns selber überlegen und da ist die Armee von Vasit aber ganz schön runter gefahren und das könnte tatsächlich ein Angriff auf Jebu sein. Die 20er Armee des Feindes. Keine starke Armee wie wir sehen. Aber es seid eine 20er Armee will unsere Hauptstadt Jebu angreifen. Das ist richtig richtig bitter. Oh mein Gott. Mies steht hier auch mit Armee vor unserer Tür und plündert uns. Taus red und macht sich hier ordentlich Gedanken. Kämpft sich um Kopf und Kragen um hier irgendwie Zugang zu bekommen zu dieser Siedlung des Feindes. Wir müssen irgendwie Zugang bekommen. Irgendwie. Und unsere Ressourcen neigen sich dem Ende zu. Jetzt sind wir im Minus bei der Nahrung und es wird immer mehr. Wir brauchen noch weitere Einheiten hier. Und wird Jebu fallen? Das und noch viel mehr. Es ist so spannend. Werden wir herausfinden in der nächsten Folge.